hallo und herzlich willkommen youtube zurück zum bahn simulater ich sollte mal was fressen sehe ich gerade was haben wir denn hier alle immer hier ein dreck geht eklige zentren so jetzt würde ich sagen wir machen noch eine hauptmission da kommen wir da oben wieder ich glaube karl sind aber die hauptmission was was will er denn hier der reiche typ hier wir gucken was er und you my boy did you know that rich people use poor people simply for the sake of having fun it's a vulgar display of power and so i was thinking i'm more wealthy and powerful than most people why not express that in a vulgar way exactly i wish to show my dominance in the most primal way possible however the process is somewhat undignified and i don't want to put my good name in jeopardy that's why i want you to be the vessel of my power take out your willy and urinate on the people wearing fancy i said do this and you will get your reward also be quick about it time is money okay time to piss off some suits ich soll anzugträger anpissen ist das euer ernst guck mal da hinten ist einer ähm sir sir eine ladung morgen ne kannst du machen hallo da sind die cops taubenscheiße er damit er kommt hallo sir ein bisschen pissig aua ich wollte sie doch nur anpissen und sie jawoll hier wird gepisst sie rennen wir alle hinterher hey hey bleibt ruhig bleibt ruhig es war nur pisse oder gehe ich nicht rein da bin ich gefangen die mucke ist ja geil aber ich werde übel verfolgt ich kann nicht jungs ich kann nicht karl du musst leider zurückbleiben ich habe nur spaß wenn ich pisse ich bin gleich tot ne ich bin gleich erledigt ich werde mir runter gehen die haben nein ich habe keine ausdauer mehr ja karl karl macht doch mal du assi wir sind schon wieder tauben her damit karl 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 macht doch einfach nur ein kopf ob du was nicht gesehen hat ich brauche noch zwei zwei ist hier einer am anzug der ein bisschen üri vertragen könnte wo kommt ihr dann alle auf einmal anzugträger ein bräuch hallo 25 dollar Alter, hier geht richtig die Party ab. Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Schon wieder Tauben. Detective Einkaufswagen. Nutze den Taubenstab, um deine Tauben-Sheriken auf den nächsten Stufen aufzuwerten. Also gehen wir home, oder was? Das ist schon wieder Taubenscheiße. Ich brauche Taubenscheiße. Runtergefallen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So, dann machen wir mal auf jeden Fall. Ey, wo ist denn jetzt hier meine Scheiß? Meine Base? Hier. Oh, kacke. Aua. Na, dann reiden wir hier einfach mal außen lang. Hey! Da ist ein Karp. Goddamit. in den okay die mucke und die lichter gehen an klappt die portsteine hoch zusammenschlagen die sind hier in meiner gegend was los hier du ich hab keine zeit muss euch polieren ich bin der penner hier nicht ihr ecke du hast jetzt stufe 5 erreicht gott sei dank ich bin kurz vor home weil die wollen schon wieder meine verdammte basis angreifen jetzt aber jas detail muss auch noch reparieren oder solchen neues bauen das ist vielleicht besser auf hier produktion ist doch besser ne neuen aufzustellen machen wir danach das bringt ja hier nun gar nichts mehr da krieg ich ja sogar noch was pappe holzschrott geul die geule hey was das denn du wirst nicht meine sachen zerstören danke lauf nicht so hier ist eine klopperei da kommt der herr der stinker oder was ist ja mit dir los kriegs nach stadt wird sein eklubig spinne komm weg weg ach so ja ich soll ja hier interagieren aufwerten ist das ein witz denn ich habe nicht genug holz ich habe nicht nur nägel bescheuerte kacke wir stellen hier noch mal dinge in den weg hier so was haben wir denn jetzt können wir das hier mal nehmen und recyceln du kannst oma zusehen dass dir lang gewinnt sehr wohl ja ich glaube ich spinne was haben wir da noch eigentlich kann man schrott da rein mal ne die pfanne ne ja stimmt hier recycelbar ist ja geil steht da recycelbar samen saft ich habe eigentlich kaum was gesammelt ich raste aus da habe ich mal den schrott her jetzt sieht man die pfanne was haben wir denn da noch habe warum nicht die dinge war noch alle zu schrott haben wir denn hier schrott pappe gut äh zigaretten tabak samen ok da ist viel mit samen könnten wir eigentlich auch mal gucken was wir so brauchen garten kleiner blumentopf ich brauche nägel da ich brauche nägel kriegt den nägel her wie viel hast du hier wir müssen suchen wir müssen müll durchsuchen wo bist du denn karl holz sehr schön guck mal ich muss das kaputt machen alles klar da gibt ordentlich pappe ist ja logisch holz ist das recycelbar kann ich das kaputt treten ne brauche ich nicht das brauche ich nicht aber das nehme ich gerne habe der klauen schon wieder jetzt finden wir ja auch immer saufen und so eine scheiße blechdose dörne naja sogar richtig gute blechdose da müssen wir damit machen können schrott sage ich doch blechdose blipflop denn der schrott blechdose alle drin da jetzt fangen wir an richtig zu sammeln hier saft verdorben er ist langsam hier voll ne kann nur dasselbe sammeln scheiße was ist denn hier los ihr penner quartier oder was wo mich nicht eingeladen ach das sind creeps äh das sind diese bugs ich werde mal den ihrer ortschaft durchsuchen ich habe keinen platz mehr ist das holz hier oder was kaputte schublade okay dann gehen wir wo ist mir ja dann können wir auch hier hinten gleich durchwandern oder nutze den taumenschein ja wir brauchen jetzt auf jeden fall das darf guck mal hier wo ist karl schon wieder karl ey mach mich nicht wütend junge du bleibst hier muss nicht hin her damit warm pappe ohne hände scheiß drauf karl sorry ich bin ein bisschen erkältet ja genau okay ich kann nicht alles mit einem mal reinwerfen aber brauchen wir nägel muss bestimmt paletten oder so auseinander kicken oder kann man die nägel ich kann nägel machen ich trottel okay denn immer ein paar ist dann müsste was na logisch brauche ich zwei mein nägel so was los hier okay und in der heck ist passiert nicht was ist hier passiert upgrade taubengeschwindigkeit ist deutlich erhöht du hast nicht zu diese talentpunkte ja ist ja gut man schneller lernen ja ist ja gut bleib ruhig so wir haben schrott ohne hände können wir jetzt eigentlich das bett bauen das wäre immer ganz geil wo bin ich denn jetzt hier ne aluminium bleich holz ich habe doch holz gesammelt pappe wo ist denn das ganze ach das holz ist draufgegangen für die scheiße wir müssen holz sammeln leute wir brauchen holz kurz läuten nur schön pappe sammeln kam es wirklich der letzte Ort dann mache ich ihn vom weiten Chmeißen auch hier Klasse blechdose ich stoße nehmen wir mit got it no was ist denn mit der palette hier mach ruhig mit dir die jungen pferde komm ich hier nicht durch komm ich hier nicht durch oder werden wir brauchen mehr holz zerstöre kameras mit den explodierenden tauben also jetzt lesen warum die frage ist da kommt der ganze in sehr ruhe angetrellert dann fangen wir die scheiße auch für kameras wo sind die kameras das ist die frage die frage man karl die sind schon wieder da die krieg schlaf schottel was die jorden voll weggepämmt habe es immer gut sehr schön die sind auch gut diese holzschubladen schön holz vor der hütte ich bin der abdach penne dort haben wir noch so das sind da nicht aber wir haben hier ohne das zählt als vandalismus pappkartonskappe zu machen das ist ja gibt es ja überhaupt nicht karl kommt jetzt auch mal her oder mensch karl habe es wertvoll so kann ich den schuh hier nee was ist denn da drin flechdote karl flechdote milch boah maaaain ja ja wollt du das inventar wieder voll lassen die birne komm wir müssen los gut dass wir gleich in der nähe sind kotzbrockenen Bugs ey aber wir könnten vielleicht anfangen langsam ein kleines häuschen zu bauen aus pappe wäre ja ganz geckig aber kommen sie denn hier ups ja das kann ich auch noch man ich drücke mal die falsche taste so was haben wir denn hier alle pappe pappfußboden pappwand papptürrahm pappfensterrahm papptür pappfenster papptürrahm da braucht ein negefühl papptürrahm 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 wo sonst denn hier komm hier kommen die gurutauben papptürrahm papptürrahm oh nein der hier schon raufgehauen der penner nein so was für zeit wir recyceln ihr könnt euch jetzt hier vom ackermahnen danke ich werd hier mal pappwände hinstellen ne hier dass die nicht gleich rein kommen vielleicht auch holzwände ne papptürrahm was haben wir noch hier was hat denn guano auf einen eingepflanzten samen anwenden um das wachstum zu beschleunigen alright ich guck jetzt mal nach dem baumodus so ich will mal was nicht boh ja und das heißt ausfüße geht nicht warte mal ok ok alter karl geh mal weg da du asi so das ist nicht zu fassen weil wir bauen hier ein haushaus pappe ja oder holz und nägel ja ja ich habe schon alles weg ich habe doch so viel gesammelt man alles weg ja ich brauche kisten nägel nägel guck mal aluminiumblech wieso habe ich denn das schon wieder nicht so ich kann hier aber auch nägel machen herstellen wie viel brauche ich denn da ein paar guck mal da meine käste nehme ich da hin danke ah ja siehste rein da komplett gibt mir alles so siehst du ach so guck mal ah ich verstehe das ist auch nicht schlecht nochmal die ganzen Samen da rein ich weiß gar nicht ob ich so viel essen und trinken brauche das wollte ach stimmt das wollte auch noch recyceln ein bisschen schrott bei euch dann mache ich das nämlich da rein so ja wir brauchen noch zwei mal her ne passt nicht hin scheiße jetzt ist es dahinter gewehr du hältst du und dann müssen wir schon wieder los auf pappesuche ey mein gott da liegt immer noch einer nach weg oh nice komm wir gehen mal da hinten gegen was ist hier ey Karl du bist so ein Haufen Kacke Karl benutzt die Tür schön konntest du es einrichten ja ok ok scheiße das war keine Absicht ja wir brauchen das das Holz Junge ja wir müssen ja so viel pappen sammeln wirklich und sagt damit jetzt jedes mal da brauchen wir nicht wow oh scheiße ne macht das nicht hinten noch außer Taubenscheiße die ich mir hole man Mann der gerade dahin gekotzt ja na alter was bist du denn für ein Penner Entschuldigung es tut mir wirklich leid das war wir schon mal die bedrohen ihn oder schon wieder danke dass dein Kumpel du Asi wo ist der andere wer wer hör doch auf mit dem Kindergarten mit dem Kindergarten und Möbel zu bitte mal messen ja das ist gut auch gut auch gut ich kann das für dich na ist ja auch nett dass du das hältst ey ja Taubenscheiße ein bisschen Holz ne mit diesem Müllberg hier und dem Reifen drin hä ok ok warum kotzen die denn hier alle Kalle weg von meinem Müll freu mich geil ok ok haha karl wo bist du oh ist ja nie dein Müll verschenken was hat hier was ist das Karl was ist das du hast das heute bereits gesammelt ja das ist schon widerlich nö das ist nö Taubenscheiße hier achso da hinten sind die gelben Pünktchen deswegen hab mich gerade gewundert was sind das gelbe Dinger da aber ich wollte eigentlich nach hause bin ich überhaupt auf dem richtigen weg wo bin ich denn also wir müssen da hoch jetzt noch mal so ein ekliger gelber kack ja schön karl hatte eine pilz solche weg ich hab doch ja eine schimmer ich weiß nicht was sie von mir wollen so das war es auch leider schon wieder von der folge wir haben 25 dollar noch fast 26 und ich hoffe es hat euch gefallen das hat euch unterhalten und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder also haut da rein